Das ist das erste mal für Sam in so einem Parkhaus zu sein und das ist natürlich wirklich wirklich anstrengend für ihn und auch beängstigend eigentlich, weil da sieht so wie ein Tunnel aus und alles schallt und es riecht anders und dann sind auch da andere Hunde und Kinder und Geräusche und das ist schon Hammer, deshalb ist er natürlich aufgeregt ohne Ende. So Sam, heute üben wir nicht pinkeln am Baum, das war aber gut, zum ersten mal ein Bein hochgehoben. Yeah, Sam ist groß. Wir üben heute Parkhaus. Sam, das ist ein Parkhaus. Das ist nicht verboten für die Hunde, das ist gut. Ja, hier, hier. Ja, das Auto ist gefährlich, das ist nicht verboten. Sam, sit. Macht Platz. Ja. Bleib. Sehr gut. Bleib. Da ist ein Hund irgendwo, das ist das, was ihn aufregt. Es ist natürlich eine ganz neue Umgebung, unbekannte Umgebung. Wie viele Geräusche da? Vielleicht gefährlich, vielleicht, keine Ahnung, Kinder sind da, Hunde sind da. Ja, das Auto-Geräusche ist ja auch da. Und diese ganz tiefe Decke, das ist als ob man im Tunnel steckt. Ja. Das ist toll, machst du das, Sam. Bravo. Sehr gut. Da bin ich nicht mehr auf den Sohn gegangen, weil ich kann mich auf den Sohn schützen, wie weit das Dach, wo man den Kopf hat. Ja, was meinst du, wie das auf ihn wirkt? Sam, ach, komm. Komm. Sehr gut. Bravo, Sam. Hey, hier sind Aufzüge. Wir können trainieren, um den Aufzug rein. Komm, Sam. Komm, wir versuchen den Aufzug. Komm, Sam. Sehr gut, in den Aufzug gekommen. Bravo. Kommt rein. Kommt. Sehr gut. Das ist für die Parkdecks. Ja. Genau. Sehr gut. Ich weiß nicht, wie der jetzt ins Parkhaus kommt, oder ins Gebäude. Bravo, Sam. Hast du eine andere Sam im Spiegel, oder? Nein, das ist eine andere Sam. Zweite Sam. Zweite Sam. Wollen wir ein Held machen? Das ist immer ein Geschoss. Was? Aber das ist jetzt im Schiedenfeld Schatz nicht dran. So. So. Ach, nee. Ich parkte. Warte. Oh mein Gott. Gut. Sehr gut. Kommen. So. Lass mich doch mal anhören. Sie sind sehr viel offener. Das ist eine ganz andere Atmosphäre. Ja. Sehr gut. Ich bin schon mal. Oh. Wo sind die? Ja. Ja. Ganz so mal. Oh Gott. Ja. 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 So Sam, jetzt gehen wir nochmal in den Aufzug. Ich weiss, du magst keinen Aufzug und es ist furchtbar und gefährlich und so. Alles verstanden? Ah, erst ich, dann passiert dir das nicht. Komm her, komm. Sam, komm her. Komm schon, Lenn, komm schon. Komm her, komm. Jawoll, bravo. Sehr gut. Sehr gut, Sam. Das erste Mal hatte er richtig viel Angst und beim zweiten Mal ging es schon richtig gut. Er ist von alleine in den Aufzug reingekommen. Das fand ich gut. Er macht das Ganze mit, weil er natürlich Vertrauen zu uns hat. Das sieht man genau. Also wenn er Angst hat und man ruft ihn, egal wo wir sind, kommt er nach. Und das ist wirklich sehr toll, sehr schön. Und Sam, du hast es fast geschafft. Da ist der Ausgang. Guck mal, hier ist es am meisten so gedämpft. Sam. Sam. Du bist zu weit. Sam. Fuß. Sam. Ah. Ne, ne. Sam. Fuß. Sehr gut Fuß. Bravo. So ist gut. So machen wir das genau. Und da ist der Ausgang. Sam. Die erste Stufe deiner Parkhausausbildung ist gerade erfolgreich beendet. Du hast das geilste, schönste Parkhausdiplom gerade verdient. Und da ist das geilste. Und da ist das geilste, schönste Parkhaus. Und da ist die erste Stufe, wie wir hier oben haben. Untertitelung des ZDF, 2020